Ich bin Marvin und heute die Ja-oder-Nein-Challenge, eine ganz neue Challenge, neues Format. Yes, und zwar haben wir hier jeder einen Buzzer mit Ja-oder-Nein. Yes. No. Yes. No. Yes. No, 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 no. Yes, Baby. Okay, heute gibt es die Pizza-Challenge extrem. Wir haben hier einen Pizza-Kitz, also einen Pizzateig mit Tomatensauce. Das ist die Basis vom Teig, die bekommt jeder. Und die Zutaten, die werden entschieden durch den Buzzer. Zum Beispiel als erstes kommt die Soße dran. Es gibt eine gute Soße, wie hier die Tomatensauce und eine eklige Soße. Und einer, also jeder macht zwei Runden immer. Zum Beispiel, du zeigst die gute Soße, einer verbindet sich die Augen und der muss den Buzzer drücken mit Ja-oder-Nein. Ja, wir werden die Buzzer auch gleich sehen. Genau, wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Genau, auf jeden Fall müssen wir dann die Pizza zum Schluss essen. Jeder seine Pizza, die er bekommt. Und da kann natürlich auch was Ekliges drauf kommen. Kann sehr eklig werden. Genau. Und wenn einer Glück hat, hat er natürlich eine geile Pizza, aber ich denke mal, es wird nichts. Yes. Ja, Mann, Leute, das ist das neue Format. Auf jeden Fall, Leute, für einen neuen Teil davon. Leute, bei 20.000 Likes kommt eine neue Folge, ja oder nein. Das kann übrigens auch mit anderen Sachen sein. Vielleicht Döner. Döner, Getränke, ne? Schreibt in den Kommentaren, was ihr als nächstes sehen wollt und macht die Likes von Leute. Jeder muss liken, 20.000 Likes. Neues Format, wir sind gehypt. Yes. Und ich würde sagen, erstmal der Teig ist die Basis. Erstmal den Teig ausrollen. Alles andere wird dann über die Buzzer entschieden. Yes. Selbstgemachte Pizza war auch früher so ein Kindheitsding. Ja, Mann, immer gerne gemacht. War auch immer nice. War auch für ein Mittagessen. Jeder konnte sein Ding aussuchen, so sein Feld. Ja, Mann. Seine Sachen drauf. Und dann eher so ein bisschen selber kreieren. Ja. Immer nice. Ach, hier ist ja schon Papier, aber egal. Doppelt. Hält besser, ne? Ja. Okay, wir holen den Lachs hier aus. Zack. Boah, der riecht gut, der Teig. Hey, der riecht schon so, als würde der Riecht gut schmecken. Früher gebacken, dann hat man nochmal roten Teig genascht. Ja, Mann. Nice, nice, nice. Okay. So. Das war's aber auch schon. Das eins ist gut. Das war's. Okay, wir machen jetzt schon mal. Ich würde sagen, Schnitt in die Müsse. Hälfte, Hälfte schön, ne? Ist das die Hälfte, circa? Einmal halbieren Challenge hier. Ja, Mann. Passt eigentlich, ne? Das ist die Hälfte. Ja, eine nice. Und zieh durch. Okay, das passt, das passt. Ein bisschen, zack. Können wir noch ein bisschen einkringeln in den Ranz. Ja. Das passt aus. So, seine Hälfte hier. Okay. Alles klar. So, wie legen wir die Buzzer jetzt hin? Ähm. Ich würde sagen. Jetzt wissen wir ja, wo was liegt, ne? Ich würde sagen, einer von den Augen. Immer der, der dran ist, ne? Okay, okay, okay. Die Buzzer können ja hier bleiben. Genau. Da ist ja und da ist nein. Genau. Du kannst entscheiden. Okay, perfekt. Okay, wir machen jetzt schnick, schnack, schnuck. Wer ist dann... Ja, der darf entscheiden, wer zuerst anfängt, oder? Ja. Schnick, schnack, schnuck. Zack, okay, okay, okay. Ich würde sagen, du fängst an. Augen zu verbinden? Ja. Echt? Einmal die Augen verbinden, bitte? Sehr überzeugt. Das starten soll hier, ne? Genau. Und ich sag nicht, also erstmal Soße. Erstmal geht es um die Soße. Erstmal geht es um die Soße, genau. Okay, okay, okay. Also, Leute, die Soßen, die zur Auswahl sind, sind einmal... Also, eigentlich kann ich sagen, ne? Kannst du sagen, ich weiß nicht. Einmal, es gibt Joghurt als Soße oder normal Tomatensoße. Joghurt wäre eklapp. Okay, Joghurt wäre krank eklapp. Okay, ich zeige jetzt das erste Produkt und du sagst ja oder nein. Alles klar? Okay, Leute. Alles klar, steht fest. Ja oder nein zu diesem Produkt? Ob du blöffst oder nicht? Ich denke, du hältst gerade die Tomatensoße in der Hand. Nehme ich gerne. Yes. Du hast jetzt gedrückt. Okay, eigentlich kannst du jetzt oder willst du ganz zum Schluss gucken? Willst du jetzt mal deine komplett belegen? Ah ja, jetzt... Oder willst du jetzt gucken? Leute, es ist die erste Folge. Jetzt können wir selber entscheiden, wie wir das machen, ne? Wie du willst. Soll man das Elid angucken? Du hörst das, glaube ich, schon mal, Freude. Oh, da habt ihr Joghurt. Da ist ja direkt ein Joghurt reingehend. Oh mein Gott. Dann machen wir meine Runde. Machen wir im Apex. Okay, okay. Wir gucken dann auch direkt. Ist eigentlich auch lustig. Leute, Joghurt. Schmeckt das auf Pizza oder nicht? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ey, reicht. Der Rest war streichenbar. Okay, okay, okay. Ich glaube, keiner kommt hier gut weg, Leute. Yes, yes, yes. Na gut, na gut. Alter. Joghurt als Basis von der Pizza. Ich glaube, das hat auch noch nie jemand... Man darf nur einmal Ja oder Nein sagen. Ja. Ja. Hättest du jetzt Nein gesagt, wären die andere Soße dran. Ja, dann hättest du die Tomatensoße gehabt, damit die jetzt versteht, Leute. Yes. Es wird hart. Okay, okay, okay. Boah, das sieht doch lecker aus, Leute. Jetzt kommt es zum Belag, ne? Jetzt geht es weiter. Beziehungsweise erst mal meine Soße. Jetzt werden wir deine Soße. Okay, wir machen einen Abwechsel, ne? Ja, würde ich sagen. Okay, dann ist das auch irgendwie interessanter. Genau. Okay. Ob wir ja dann Gleichstand haben, das ist auch witzig. Du wirst auch gestanden. Oh Gott, da hättest du mal auf und aufgefangen. Stell mal, wir kriegen die gleiche Pizza. Das wäre witzig. Okay, ich hoffe natürlich nicht. So, dann nehmen wir erstmal die beiden Produkte in die Hand. Okay, genau. Hier, yes, I know, ne? Okay. Sag, wenn du dich entschieden hast. Ich habe hier eine Soße in die Hand. Welche ist das? Ja. Ja oder nein zu dieser Soße? Ich sage, yes! Yes! Mist! Ja! Nein, Mann. Oh, ich genüsse das. Jetzt weiß man das zu schätzen. Ja, Mann. Jetzt weiß man das auch zu schätzen. Okay, ganz andere Basis hier. Wow, wie das riecht, ey. Oh, nein. Hier ist ein bisschen Joghurt, aber... Aber Tomate dominiert. Ja. Okay. Oh, Tomate riecht so geil. 1-0. Ich hoffe, die Beläge für Magen werden sehr mies. Ja, Mann, es gibt 6 Runden, glaube ich. Es wird hart. Es wird sehr hart. Okay. Vielleicht schmeckt es ja auch, ne? Kann auch sein, kann auch sein. Man kann nicht alles schön reden, aber mal gucken, ne? Okay. Wir kommen zur zweiten Runde. Yes. Der Käse kommt zum Schluss drauf, oder? Ich würde sagen, der ist zum Schluss, ne? Okay, okay. Mit der Pizze auch schön, wie köstlich wirkt. Okay, nächste Runde. Ich würde sagen, also Beleg. Ich sage, was es ist, ne? Ja. Also, es gibt zur Auswahl, passt zur Pizza auf jeden Fall, Champignons oder Snickers Popcorn. Okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Leute, also das, was ich jetzt hochhalte, das wird es sein. Okay. Okay. Dann soll ich uns auswählen. Ich bleib bei mir. Nein. Hä? Technische Schwierigkeiten. Alles klar. Das wolltest du nicht. Ich lehne ab. Und was lehne ich ab? Ja. Die Champions haben abgegeben. Ey, ich schwör. Das ist das. Yes. Ich habe es gezeigt. Ihr seht es auf der Kamera. Hast du das gesagt? Ich habe die Champions habe ich hochgehalten. Weil sonst hätte man es gehört, hätte ich nur das genommen. Oh mein Gott. Hast du das? Nein. Was ist los, ey? Zweimal reingekackt. Yoga und Champions. Das könnte doch lecker sein. Es passt wenigstens zu Joghurt. Weißt du? Es passt wenigstens. Okay, also vielleicht muss ich nicht ganz so grässlich sein. Ja, es geht. Also, was meinst du? Du hast wenigstens eine süße Pizza. Man muss sich kotzen. Eine süße Pizza. Anders. Okay. Okay, okay, okay. Ich nehme jetzt auch immer die gleichen Produkte wie du, ne? Genau, genau, genau. Halt am besten beide hoch und eins dann höher. Ja, was du nimmst. Falls ihr auch die Geräusche hört. Genau, die Geräusche. Ja, das wäre wichtig. Ja, Mann. Okay. Ja oder nein zu diesem Produkt? Boah, ich sage diesmal. Boah, yes. Yes. Alter, der Champions. Lover, yeah. Du hast eine gewissene Pizza. Ey, das gibt's nicht. Geil. Teller am besten. Okay, die können wir schön schneiden. Sag ich mal zwei Champions für dich. Boah, okay, eine reicht, eine reicht. Wir haben noch viel vor hier. Das ist jetzt Maru's perfekte Pizza, ey. Boah, ich habe eine geile. Tomaten, so Champions, das ist immer mehr, ne? Leckere Pizza. Krass, ey. Okay, das ist nice, das ist nice. Das freut mich sehr. Freut mich sehr. Verlastend. Okay. Okay, okay. Nächste Runde, der dritte Belag. Ich brauche mal Glück jetzt hier. Dritter Belag. Okay, Runde drei. Bitte Glück. Runde drei, Runde drei. Das Ding ist jetzt, selbst wenn du gute Sachen bekommst. Es wird vielleicht nicht mehr geil sein, ne? Es wird vielleicht nicht mehr so geil. Es geht noch, es geht noch, muss ich sagen. Jetzt kommt natürlich drauf an was. Mal gucken, was wäre jetzt vielleicht mal was richtig Ekliges. Könnte auch was Gutes kommen, was gar nicht passt. Wir haben zur Auswahl Bacon oder Maxi King. Okay, dann wird es eklig. Okay. Jetzt wird es eklig. Also, das, was ich jetzt aus dem Bild nehme, das wird nicht sein. Wobei Maxi King würde bei meiner Pizza vielleicht passen. Willst du dieses Produkt hier, was ich in der Hand halte, ja oder nein? Ja. Bitte, bitte, bitte. Okay, es ist das gute Produkt. Es ist der Bacon. Ja, Bacon wenigstens. Ich mir lieber als Maxi King, weil Maxi jetzt oder nicht? Okay, kann pervers sein, aber irgendwie finde ich Bacon gerade leckerer. Ja. Obwohl meine Pizza sonst eine Süße wäre, würde Maxi nicht passen. Maxi King wäre schon sehr eklig. Aber das wäre eklig. Weil das schmilzt komplett, ne? Da hast du eine komplette Schokopizza. Wenn ich jetzt hier Maxi King drauf habe, dann ist es auch eklig. Tomaten sonst Maxi King? Also, eine eklige Zutat versaut schon alles. Also, es kann schnell auch wieder versaut werden, ja. Okay. Okay, nice, nice. Okay. Okay. Okay, Leute. Ich wähle dieses Produkt aus. Okay, okay, okay. Ja oder nein? Also. Hast du gerade das Produkt? Ja, es ist hochgehalten. Das wähle ich aus. Oh mein Gott. Ich sage. Du hast gerade den Speck abgelehnt. Nein. Sovielfalt Maxi King. Ja. Verdammt. Kommt weg, Mann. Boah, ich habe so eine schöne Pizza, Alter. Genieß das mit Tomatensauce. Boah, ich habe so eine schöne Pizza. Also Maxi King mit Tomatensauce. Für eins reicht, ne? Ja. Du darfst auch aufteilen, wenn du willst. Oder einfach draufklatschen. Klatschen drauf. Einfach reu dich drauf. Hahaha. Deutet. Maxi King auf der Pizza. Okay, nächste Runde. Nächste Runde. Okay, okay, okay. Okay. Ich würde sagen, jetzt wird es wild. Also entweder Oreo oder Zwiebeln. Boah. Du entscheidest jetzt für dieses Produkt. Ich versuche wieder meine Pizza zu retten. Ich brauche Zwiebeln. Ja oder nein? Nein. Du darfst jetzt auch so auskommen. Ich sage... Give me a Y. Give me an E. Give me an S. Yes. Yes. Yes, Oreo. Nein, oder? Nee, oder? Yes, sir, man. Okay, Oreo und Speck. Jetzt brauchen wir nicht mehr drüber reden. Meine Pizza... Meine Pizza ist unten durch, Leute. Zu, wir haben es gefahren. Wo ewig nicht mehr Oreos. Mit den Zwiebeln hätte ich mit mir noch schön reden können. Leute. Da hätte ich mir den Joghurt noch zu alt. Jetzt Frischkäse irgendwie schön reden können. Über die Popcornhäsche wechseln können. Aber jetzt... Was soll das sein, mein Freund? Man kann es nur... Du bist reingekackt. Richtig. Aber es sieht trotzdem genüsslich aus. Aber irgendwie... Ich glaube nach dem Ofen wird es echt eklig. Ich glaube... Aber ich weiß nicht. Irgendwie sieht es trotzdem nicht aus. Man muss es noch nicht übergeben vielleicht. Ja. Leute, welche würdet ihr jetzt lieber essen? Ich finde Tomatensauce und Schokolade... Am Ende müsst ihr abschirm, Leute. Am Ende nochmal Nachaufnahme. Okay. Machen wir mal Statements. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Und die nächste. Du bist dran. Du bist dran. So. Was ist hochkalken? Oreo oder? Oreo und Zwiebel. Also Zwiebel. Ich glaube, du willst lieber Zwiebeln. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn man sich die noch herzhaft gestalten kann, ne? Okay. Okay, Leute. Du darfst zu entscheiden für dieses Produkt hier. Das Produkt ist oben. Ja oder nein zu diesem Produkt. Ich sage. Okay, Marvin hat die Oreos abgelehnt. Das wäre sonst verwerst. Boah. Mann. Shit. Mist, ey. Zum Glück, Alter. Okay, der Maxeking ist jetzt auch nicht so geil mit Zwiebeln, aber kann man machen. Kann man machen. Ach ja. Das war meine Augenträne jetzt hier nicht. Es gibt echt noch harte Sachen, wo ich sehr stark ablehne. So, genau. Schön verteilen. Zwiebeln. Irgendwie das Maxeking wegdenken. Dann geht es auch, ne? Boah, hätte ich dieses Maxeking nicht mehr. Ja, wer will. Natürlich beißen wir auch ab, dass alles drauf ist. Genau. Klar, ne? Natürlich. Also schön Maxeking aufbeißen. Okay. Okay, okay, okay. Next round. Next Runde. Okay, letzte Runde. Oh mein Gott. Jetzt geht es zum geriebenen Käse oder Marshmallow-Herzen. Jetzt wird es eklig. Weil Gummi-Sachen auf Pizza ist extrem eklig. Also entweder leckere Käse oder Marshmallow-Herzen. Ey, bitte Käse. Okay. Da kann ich mir so eine Käse-Decke drauf machen, wenn ich das Käse bekomme, dass ich irgendwie mir eine Pizza schönreden kann. Ja oder nein zu diesem Produkt. Verdammt. Das ist gerade hart, ey. Yes. Yes. Yes, Gummi-Herze. Nein, nein, nein. Hey, lügst du dich an? Lügst du? Guck dir das Video an. Leute, was soll ich lügen? Ey, nein. Leute, 20.000 Likes für eine neue Challenge. Hör doch auf. Oh mein Gott. Übertreibt doch nicht. Du hast eine gute Zutat. Ich habe eine schlechte. Vielleicht bleibst du dabei, dass ich eine schlechte habe. Ey, bitte bekommst du eine gute. Boah, das ist wirklich hart. Jetzt ist hart. Wenn ich das bekomme, ist meine auch versaut. Automatisch. Direkt. Also ich weiß nicht, wie Marshmallows schmelzen im Ofen. Vielleicht werden die auch nur so warm. Äh, so geröstet. Kennst du auch geröstete Marshmallows? Ja, kenn ich. Nehmen wir mal so. Oh mein Gott. Okay. Let's go. Okay, jetzt holst du dein Belag hier, ne? Okay. Willst du dieses Produkt? Ja oder nein? Ist schon? Was ich hochhalte, ja. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Mist, Käse. Yeah. Glück hat Marvin. Yeah. Neues Format. Direkt Glück hier. Einfach Instinkt, Alter. Heftig. Heftig, Mann. Geil. Okay, der Maxi-King. Hart, hart. Da musst du richtig fette Käse-Decke drauf machen. Da hast du vielleicht Glück. Ja, ja, ja. Mann, Leute, ey. Ich hoffe, der Käse überdeckt das. Nice. Glück für dich, Mann. Schön, wie sich... Oh, boah, Heftig's Maxi-King nicht, hätte ich eine perfekte Pizza. Leute, ganz knapp, ganz knapp. Das ist richtig ekelhaft. Egal, ich bin gespannt, wie die danach aussehen wird. Leute, das ist vorher. Wir sehen die Pizza gleich wieder. Ab zum Ofen. Let's go. Und noch schöne Grüße an Juli. Du musst Glock aktivieren. Danke dafür. Wenn ihr auf uns gegrüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glock aktivieren und schreibt einen Kommentar mit Hedgeglock aktiv und ihr habt euch schon in diesem Video eingeblendet und von uns gegrüßt zu werden. Viel Glück. So, die schöne Pizza. Zeigen wir euch nochmal. Ich hab den Ofen. Da ist meine, leider voll die Oreo-Marshmore-Daußen. Okay, ich bin sehr gespannt. Vielleicht ist es auch besser, als man denkt. Wir werden sehen, ne? Der meiner, der Marvin. Let's go. Wir haben so braun ein bisschen. So geröstet. Vielleicht haben wir Glück. Aber ich bin auch der Meinung, dass ich leiden werde wegen diesen Marshmallow-Dingern. Okay, die Pizzen sind fertig. Boah, guckt euch mal meine Mutanten Marshmallows an. Komplett braun, knusprig. Sehr, sehr, sehr. Ich bin gespannt. Marvin, es ist wenigstens, wie eine Pizza auf einer als Maxi-King. Okay. Du musst ja eigentlich schon mit dem Schokogeschmack auseinander. Ja. Boah, crazy, man. Alter, guck mal. Wenn das Eingang ist, ist das. Boah. Was geht denn jetzt? Da wird die ganze Luft rausgegangen. Die Pizza lebt, ey. Meinen Sie, die lecker aus, aber das Maxi-King. Okay, das schlummert da. Boah, der Käse sieht auch krank aus. Marvin freut schon, bei der Maxi-King-Stelle abzuwachsen. Na, mal holen wir das gute Ding aus und dann wird gespeicht. Aber das ist crazy, man. Lecker Pizza. Nicht für mich. Boah. Alter, aber der Käse ist ja viel. Aber Marvin muss, ich würde sagen, am besten musst du dir genau in die Mitte rausschneiden mit Maxi. Okay, das Stück. Jeder sucht ein Stück für einen aus. Ja, dass alles drauf ist, ne? Genau. Ja, bei mir ist es einfach. Bei dir hier, ein schönes. Boah. Boah, Sack, Alter. Hier so richtig rein, weiß ich. Halt mal ran, halt mal ran. Leute, da wollte ich mich jetzt reinziehen. Ey, jetzt wieder mal. Ich werde berichten, wie es schmeckt. Oh mein Gott. Ganz. Ja, wir machen so richtig in die Mitte einen fetten Biss rein. Hier noch ein Herz mit. Ne, ich stehe mal ein Stück hier. Okay, okay, okay. So. Hm. Boah, ich brauche ja die Pizzaschneide bei dir, ne? Na, ich mache für die Ficke weg. Oh, oh. Ja, Mann. Guck mal hier. Nein. Lecker, Junge. Wah. Boah, das drippt schon. Leute, Maxi King, rein damit. Okay, soll ich ein bisschen heißen? Komm, was soll ich? Das hier, ne? Hier so richtig rein, weißen. Boah, wie ein Sack, Alter. Okay, ich hier noch zum Maxi King. Ja, Mann. Packst dir. Oh mein Gott. Richtig Marshmallow. Alter, dieser Marshmallow ist doch voll auf den Speck zergangen. So richtig flüssig, ey. Und du, ab da. Okay. Ich will sehen, dass Maxi King verschlingt. Ja, Junge. Aber ich habe jetzt auch. Okay. Drei, zwei, eins. Boah, boah. 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 Maxi King versorgt alles. Klingt gerade eh. Noch ein Biss, Alter. Oreo. Klingt gerade angeekelt. Mh, die Popcorn. Ich denke, was ist das Hartes? So ein Popcornkern steckt. Lava. Was ist das für ein Ekelhafter Kram? Boah. Der Marschmallow versorgt alles, muss ich sagen. Back. Und dieser Marshmallow. Boah. Ganz katastrophal. Leute. Mh. Also wie gesagt, neues Format. Wenn ihr noch andere Themen, man kann Döhren machen, man kann ein Getränk machen. Stellt mal vor, Milch mit Cola und Energy Drink oder so. Boah. Also Leute, wenn ihr Bock auf das Format habt, 20.000 Saum hoch. Dann kommt ein neues Video davon. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keinem Video zu spassen. Und schreibt Ideen für das Format, was ihr sehen wollt. Boah. Peace.